hallo leute und euch sagt auf jeden fall schon mal gesagt frohe weihnachten euch allen hoffe ihr genießt auf jeden fall diese wunderbare feiertage und ich hoffe ihr lässt euch auf jeden fall wunderbar bescheren ob es nun die kleinigkeit ist oder etwas großes oder was über dimension alles krasses wie auch immer und ja es ist ja sowieso bald soweit das ende naht und ja ich habe sowieso auch allgemein noch mal ein bisschen was vorgeplant so um 1. und 2. weihnachtsfeiertag weil ich doch gebacken kriege weil heute sowieso nicht mehr das hätte ich alles vor produzieren sollen aber momentan habe ich nicht zur verfügung und ich habe auch so ein kleines video um euch einfach nur frohe weihnachten zu wünschen und eigentlich habe ich auch nicht so viel was hinzuzufügen und wie gesagt ich wünsche euch auf jeden fall frohe weihnachtsfeiertage und die extra kleinen special videos kommen dann noch im ersten und zweiten weihnachtsfeiertag damit ihr dann auch noch mal eine kleinigkeit habt und ja dann würde ich sagen ho 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 ich wünsche euch frohe weihnachten und ein frohes fest ciao ciao Untertitelung des ZDF für funk, 2017